Okay. Okay. Hallo Leute und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Vita Beast Unleashed. Ja, mein Inventar ist zugemeldet. Habe ich erst später aber gerafft. Wieso bin ich so blöd? Wieso brauche ich mein ganzen Inventar voll? Ja, also ist das erste was ich jetzt mache. Das hier. Zwar zweimal. Und ich packe hier auch mal in der Kiste hin. Und dort das ganze Zeug was ich gerade nicht brauche. Und das sollte, wie geht das? So, das war eher glaube ich. Na, mache ich so. Hm. Inventar ist in Ordnung. So, dann brauche ich Ofen eigentlich. Manchmal vielleicht. Für Feuerzeug niemals. Kohle werde ich brauchen. Holz werde ich brauchen. Aber nicht so viel. Ja, kann ich so machen. Passt. Oder? Da haben schon alle Shards fast. So, ähm. Ja, Mineneingang. Habe ich das ja genannt. Das ändere ich dann mal. Waypoints. Äh, Edit. Mineneingang. Kiste. So. Tapp ist an. Kiste. Wow. Done. Back to game. Jo. Wineneingang. Kiste. Passt. So. Wow. Leckt. Ein bisschen gerade bei mir. So, äh. Dann gehen wir nach da unten. Und zwar erstmal nach da. Oder? Ne. Das ist ein Angry Zombie. Der hat ein bisschen mehr Leben, glaube ich. Der Creeper. Wie viel hat der 20? Hat aber schon Schaden. Dann nehme ich mir erstmal wieder das Buch dort. Und? Der hat kein Brain gedroppt. Kein Zombie Brain. So, äh. Was ist das denn? Silber? Sollte es eigentlich. Alumin... Woll... Wollen die mich verarschen? Was gibt's denn hier alles denn noch? Für... Oh, das... Wird ich mal gleich mal alles durchlesen. So. Dann kann ich das mal alles reinholen. Ja. 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 Leckt gerade. Bei euch nicht. Das ist das Coole. Das finde ich richtig geil, dass es dann bei 130 FPS aufnahme nicht leckt. Wenn ich das auf 60 stelle, natürlich wird's auch bei euch lecken. Ist dabei unnötig. Ähm. Nach unten kann ich jetzt fallen, wenn ich das mache. Ja. Also... Ja. Nehm ich das Eisen mit oder nicht? Okay. Okay. Ja. 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 Das wollte ich nicht. Ja. 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 Scheiß Creeper. Ja. 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 Das ist ein Scherz. Wisst ihr wie schwer die zu bekommen sind? Ok. Na ja. Dann gebe ich meine Sticks. So und so. Dann stelle ich den Ofen lieber hier hin. Mache ich mir erstmal ein Schwert und eine Spitzhacke. Schwert, Spitzhacke. Und ja, ich bin gerade angekotzt. Und so. Mein ganzes Eisen ist weg, weg, weg. Also mache ich mir lieber erstmal eine Rüstung. So, Death Point ist immer noch da. Kann ich mal ausmachen. Mache ich mir erstmal eine Eisenspitzhacke. Und mehr Holz habe ich ja. Würde ich mein Eisenschwert machen? Ne, ist unnötig. So. Habe ich noch irgendwas anderes Wichtiges? Ich glaube nicht. So. 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 ...weil ich ja nicht so viel geschafft habe. Und... Oh. Ich muss ja nur farmen. Ist ja nix. Ist ja nicht so schwer. Wenn es diese scheiß Monster denn nicht gibt. No. Pfff... Pfff. Pff. Boah... Wieder bei der gleichen Stelle. Diesmal ist aber, glaube ich, nichts verloren gegangen. Hoffentlich. Nur am sterben nimmt sich diese Folge wieder. Okay, ich kann das letzte Death wieder löschen. Todesort. 5.000 oder so. Was ist das denn da, was es gedroppt hat? Spoilback. Geil. Okay, hier sind auch noch ein paar Sachen drinne, aber ich baue mich trotzdem. Hey. Erstmal ein. 2, 3. Kohle. Holz. Blöcke. Cold Choke. Mit Cold Choke sollte man auch Fackeln machen können. Würde ich mich nicht täuschen. Ne. Mit Cold Choke kann man Kohle machen? Ne. Futter. Das. Drax. Thaumium. Thaumium. Ich habe die Zierrüstung schon an. Also. Hier ist nur ein bisschen ausleuchten. Wäre vielleicht ne gute Idee. Wäre vielleicht ne gute Idee. Bäh. Äh. Uranium. Uranium. Das ist... Das sind keine Diamanten. Oh. Ich lauf zu schnell. Lead. Und Silber. Darf ich vorstellen? Silber und Lead. Ähm. Cinnabar braucht man fast überhaupt nicht. Vielleicht für Magie. Hat vielleicht ein Element drauf, dass man nur von dort bekommt oder so. Ich weiß es aber nicht. Ich weiß es aber nicht genau. Silber braucht man schon häufig. Aluminium. Was man das braucht, weiß ich auch nicht. Ja ich kenne mich richtig gut aus. Aber Silber findet man auch häufig. Genug. Bei so Höhe 17 und so weiter ist es ja häufig. Und es ist wieder falsch hier mit dem Cordner. Lead braucht man auch nicht so häufig, aber schon ein bisschen. Was baut ihr da? Ne doppelte Treppe. Zum sicher hochgehen. Pistenaufzug mach ich. So dann kommt erstmal das Eisen rein. Ist ja nicht so viel. Plus 2 Cola. Dann kommt der ganze Müll hier rein. Müll. Ich bin lustig. Und dann hier sortieren. Uranium kann auch da rein. So. Wenn ich mich nicht täusche, sollte es zum Essen sein, das Teil dort. Copper. Ding. Nö. Warberry. Kann man das vielleicht in den Ofen packen oder so? Warte. Kann ich auch mal gucken. Usage. Uh. Erstmal warten für ein paar Stunden. Und zwar kann man damit Copper Nuggets machen. mit Charcoal Minium Stein. Oder wenn man das schmelzt, bekommt man Copper Nuggets. Oder Molten Copper. Also kann man damit Copper und damit Eisen herstellen. Aber Nuggets. Da geht's. Aha. Ganz geil. Ganz geil. So. Dann noch ein Eisenschwert. Oder? Ja. Dann mal Eisenschwert. Oh. Genau. Und die falsche Seite. Die falsche Seite der macht. So. Dann ist Eisen da rein. Und was kann ich sagen? Da könnte ich mal ein bisschen Copper reinpacken. So viel wie halt geht. So viel wie viel gebraten werden kann. Wird. So. Vier. Fünf könnte ich auch nehmen. Ich will aber vier. Ich mag die Zahl mehr. Wisst ihr? Wisst ihr? Weißt ihr? So. Jetzt habe ich schon ein bisschen weniger Angst. Ich glaube die Eisenrüstung und so weiter ist underpowered hier ein bisschen. Dann macht man sich da eine Phantomrüstung irgendwann. Mal. Hier gibt es auch eine Gravity Suit oder so. Gravity Gun kann man sich auch machen. Alles zu verdreht hier. Kann man nach da unten. Ja. So. Gehe ich erstmal nach da unten, glaube ich. Da wo es ausgeleuchtet ist, ist das bestimmt jetzt richtig geil. Sind aber, braucht man überhaupt nicht, darf ich vorstellen. Ja. Okay, hier ist Eisen. Hier ist, ähm, Earth-Chart. Erde-Chart. Dann bauen wir noch ein bisschen hier ab, erkunden noch dieses Teil dort. Alles, was mit Stein geht, werde ich mit Stein abbauen. Das ist Bleed, deswegen kann man das mit dieser abbauen. Okay, das ist Silver. Falls ich im Fluchtweg bin. So. Ja. Das war's mit dieser Seite hier. Kann ich ja mal zubauen. Dann werde ich nicht nochmal aus Versehen dorthin gehen. Mach ich immer so. Kennt mich ja. Ein paar Leute. Bestimmt. Und dann noch ein Schild packen, out of order oder so. Ja. Ja, also gehe ich mal nach oben. Und dann. Oder? Brauche ich nach oben gehen? Ja, ich entleere mal kurz mein Inventar wieder. Und zwar. Oh. Copper ist ja ein bisschen rausgekommen. Das, das. Und so. So. Okay. Dann. Ich habe 30 FPS. 60 also. 30 bei der Aufnahme dann. Ähm. Dann war's das mit dieser Folge, Leute. Ähm. Creeper, Skelette, Zombies und so weiter. Davon muss ich auch, äh, acht nehmen. Und. Ja. Bei dieser Folge solltet ihr auch wieder schreiben, wenn ihr das bei der letzten nicht geschrieben habt. Ob euch das gefällt. Ähm. Ja. Ciao. Ähm. Ne. So ende ich das nicht. Ciao. Wenn ich das natürlich. Bye. Bye.